Hey YouTube, herzlich willkommen zur Analyse-Ecke, Spanien-Rundfahrt, La Vuelta, Etappe 12. Heute Bergankunft, aber nicht ganz so schwer wie morgen, also vielleicht eher nur ein paar Bonussekunden, wenn Roglic Lust hat, aber vielleicht auch einfach nur ein spannender Tag für die Fluchtgruppe. Wir haben auf jeden Fall wieder reichlich, Themen zu analysieren, nicht nur das Rennen heute, ich will auch gerne nochmal einen Blick auf eine Szene von gestern genauer werfen. Da hat es jetzt im Nachgang noch gelbe Karten geregnet, sehr viel Kritik, aber wie unsportlich war die Szene von Aje de Serla Mondial, als sie die Straße blockiert haben, wirklich. Also, wie immer viel zu tun, los geht's! Also zunächst nochmal, das hier ist das Streckenprofil von Etappe 12. Es geht die ganze Zeit leicht weg dahin, kann man gut kontrollieren, wenn man will. Zum Schluss eine Bergankunft, 16 Kilometer, 4,7 Prozent, nicht allzu schwer, da kann man nicht wirklich große Lücken in der Gesamtwertung reißen. Die letzten 1000 Meter werden nochmal ein bisschen schwerer, so 7,7,8 Prozent. Also es gibt definitiv die Chance, dass man hier den ganzen Tag kontrolliert, aus Sicht Red Bull Borans Pro, um dann auch zumindest ein paar Bonussekunden und noch einen weiteren Tagessieg für Rocklich abzugreifen. Aber auch eine ernsthafte Überlegung, einfach die Fluchtgruppe fahren zu lassen, wenn die passt, wenn die für die Gesamtwertung jetzt keine große Gefahr darstellt. Thema Relaisstation, wie gestern, macht auch hier bei dem Streckenprofil nicht so viel Sinn, da ist auch keine große Gefahr drin, wenn da einer reinschlüpft. Und das heißt, wenn hier eine Gruppe abhaut, die kann auch ruhig 10, 20 Fahrer groß sein, wenn da kein Fahrer dabei ist, der sich über die Form vielleicht nochmal in Minuten in der Gesamtwertung nach vorne katapultiert, dann kann man denen auch wirklich deutlich Vorsprung gewähren und dann mit ein bisschen mehr erholten Kräften in die kommenden Tage reingehen. Und das ist dann wohl auch das Bild des Tages. Wir sehen leider wieder nicht die interessante Startphase. Die Live-Übertragung steigt so 100 Kilometer vor dem Ziel ein. Es war wohl eine sehr aktive Startphase mit vielgesprünger, unterschiedliche Gruppenkonstellationen, Red Bull Borans Pro signalisiert, wahrscheinlich direkt auch beim Start, wir kontrollieren heute nicht. Das heißt, freie Fahrt für fast alle anderen Mannschaften. Heute kann man einen Tagessieg über die Fluchtgruppe holen. Und wir sehen, diese 9er-Gruppe hat sich da wohl leicht abgesetzt mit Marc Soler, Rodriguez von Ineos, allerdings der Helfer Rodriguez, nicht der für die Gesamtwertung. Mauri van Seewenand, Carlos Verona, Mauro Schmid, Louis Meintjes, Max Puhl, Terralt Verrada. Das ist auch der Bestplatzierte in der Gesamtwertung, aber der hat auch, ich glaube, 17 Minuten Rückstand. Also den kann man wirklich ohne Probleme fahren lassen. Und noch Pablo Castrio von Iquipo Kernfarmer, also einem kleinen Zweitligateam. In Summe aber eine wirklich sehr interessante Gruppe, viele bergfeste Fahrer dabei, aber jetzt nicht der eine super Favorit, wo ich sagen würde, wenn der letzte Kilometer 7,8% hoch geht. Da ist jetzt einer mit so extremen Puncheur-Qualitäten, da macht es Sinn. Der wird das Ding hier gewinnen, für den muss man kontrollieren. Beziehungsweise es gibt auch relativ wenig Leute, die hier noch einen Teamkollegen dabei haben. Dahinter läuft das Rennen aber noch aktiv weiter und die Gruppe vorne hat auch noch gar nicht so diesen eindeutigen Vorsprung von einer Minute rausgefahren, dass man sich sicher ist, die fahren heute um den Tagessieg. Mit zum Beispiel einer von diesen Konterattacken schafft es auch Jonathan Navas von Ineos nach vorne zu springen. Der ist ja auch relativ sprintstark, antrittstark. Michael Woods und Lorenz Huys, das heißt Israel Premier Tech und Akea B&B, die haben noch keinen Fahrer vorne. Die versuchen es auch noch, sind nicht ganz so sprintstark, hängen noch eine Zeit lange hinter und schaffen dann halt nie den Anschluss der vorderen Gruppe. Und jetzt erst so bei 90 Kilometer vom Ziel geht die Lücke deutlich auf. Die zwei Fahrer schaffen nicht mehr den Anschluss. Vorne bildet sich jetzt dann diese 10er Gruppe. Ineos ist doppelt vertreten und hinten steigt Aschideser-Lamonial langsam in die Nachverwalt ein, aber alles ohne Probleme. Und die Gruppe kann man auch wirklich ohne Probleme auf 10 Minuten Vorsprung ins Ziel fahren lassen. Und dann würde ich mal sagen, springen wir mal gerade zurück auf das andere große Thema. Und das war, wie gestern Aschideser-Lamonial hier die Straße blockiert hat. Also die waren, warum auch immer, sehr zufrieden mit der Gruppenkonstellation gestern. Also warum das vielleicht ein Fehler war, schaut da gerne nochmal in die Analyse von gestern rein. Aber die wollten einfach sicherstellen, dass sich jetzt die Gruppe deutlich absetzen kann und dass von hinten noch kein weiterer Fahrer noch dazu springen kann. Das heißt, die fahren einfach hier an der Stelle, wo die Straße auch relativ schmal ist, einfach mit ihren Fahrern alle von vorne in erster Reihe, nehmen ein bisschen Tempo raus, blockieren einfach dadurch die Straße und eigentlich wirklich kein ungewöhnliches Bild im Straßenradsport. Ich meine, das ist halt einfach modernes Racing. Also wir haben solche Szenen auch schon wirklich sehr oft von vielen anderen Mannschaften gesehen. Ich erinnere mich da an die Flandern-Rundfahrt, wo Team DSM und die Neos zusammen blockieren. Ich erinnere mich an Szenen bei der Tour de France, wo das Team Jumbo Wismar blockiert und irgendwann später Toni Martin eine große Geldstrafe zahlen muss. Da gab es Streitigkeiten. Das hat auch nicht allen Fahrern im Feld so gefallen. Die wollten halt weiter attackieren. Jumbo Wismar blockiert. Und Toni Martin kriegt halt eine Geldstrafe, weil da auch zwei Streithähne aneinander geraten sind, die auch mal die Hand vom Lenker genommen haben, sich da gegenseitig so ein bisschen geschubst und ins Fahrrad reingefahren sind. Dann ist es natürlich ein ganz klar eindeutiges unsportliches Verhalten. Also nicht die Strafe fürs Blockieren, sondern für das, was danach folgte. Aber was mich dann doch wundert, und deswegen bin ich auf die Szene gestern gar nicht so sehr ins Detail eingegangen, ist, Aje de Selle Amonial ist meines Wissens nach die erste Mannschaft, die jetzt eine Strafe kassiert hat. Also da hat es gestern gelbe Karten gehagelt. Also wirklich ernsthafte Verwarnung von der UCI oder von der Rennleitung. Wenn man so eine Aktion jetzt hier nochmal bei The Welter macht, droht man auch den Fahrer mit Rennausschluss, dann werden die hier vorzeitig nach Hause geschickt. Das ganze Thema wurde auch in den Medien ein bisschen hochgekocht, weil Richard Carapaz wohl während der Szene zu Sturz kam. Der hat sich dann auch später zu der Szene dann auch mal irgendwo im Interview gemeldet und meinte, absolute Unsportlichkeit, da mangels an Respekt gegenüber dem Sport. Leute zu blockieren und zu verhindern, dass die weiter attackieren, ist ja was anderes, wie wenn man denen dann hinterherfährt. Aber das Problem an der ganzen Geschichte mit dem Blockieren ist, und deswegen wundert es mich auch, dass es jetzt zum ersten Mal Strafen gab, das ist so ein fließender Übergang, ob das wirklich unsportlich ist oder einfach nur normales Stilmittel im Sport. Es gibt auch keine klare Regel, die eindeutig beschreibt, ab wann es unsportlich ist. Man bezieht sich gestern in den gelben Karten auch einfach nur auf so eine relativ schwammige Formulierung. Man hätte Radsport allgemein nicht gut präsentiert und das so ein bisschen als unsportliches Fahrverhalten interpretiert. Aber auch gerne mal die Frage an euch, wie ihr solche Situationen seht. Zum Beispiel ein ganz klares Bild, wenn es irgendwie um Positionskampf geht, Richtung Massensprint oder auf eine Gefahrensituation, da muss man einfach vorne sein, weil das Rennen aktiv läuft. Da erwartet keiner, dass man andere Fahrer vorbeilässt. Aber ab wann ist Positionskampf mit Blockieren dann ein Problem, wenn man in erster Reihe fährt, aber halt kein hohes Tempo anschlägt? Also ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir nicht sehen wollen, dass wenn jetzt hier zum Beispiel eine Solo-Flucht von Arje de Serre-Lamonial draußen ist und der Rest blockiert da einfach hinten die Straße und da gewinnt ein Fahrer, weil kein anderer mehr attackieren kann und weil auch die Nachführheit dadurch verhindert wird. Das will keiner sehen. Aber solange man noch sein eigenes Rennen fährt, muss es doch in Ordnung sein, dass man seine eigene Position auch vorne verteidigt. Also ich glaube, da ist die UCI selber nicht ganz schlüssig, wie die mit der Problematik umgehen wollen. Auch mal so hier zum Beispiel. Hier war auch Baud von Arth vorne an dieser Blockieraktion mit dabei. Er trägt das grüne Trikot, Benno Conner trägt das rote Trikot. Die beide kriegen keine gelbe Karte, auch keine Sekundenzeitstrafe abgezogen, keine Punkte in der Wertung ums grüne Trikot, sondern ausschließlich die Helfer von Arje de Serre kriegen halt mit einer gelben Karte so eine Verwarnung. Aber im Prinzip, das hat auch keine Auswirkung. Und meiner Meinung nach, also entweder bräuchte man halt extrem viel Fingerspitzengefühl von der Rennleitung oder irgendwie eine Regel, wie schnell fahren die Fahrer, die jetzt hier quasi blockieren und ihre Position verteidigen. Wenn ich über einen gewissen Zeitraum nicht mal 50% von meiner Schwellenleistung fahre, also wirklich unterer Grundlagenbereich, dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell in den Bereich rein, wo es einfach nur eine rein unsportliche Tätigkeit ist, Fahrer zu blockieren. Wenn man zu langsam fährt, muss ganz klar irgendwie eine Lücke gelassen werden, wenn da noch einer rausattackieren will. Ob das jetzt sinnvoll ist in der Situation, sei mal dahingestellt. Aber bei einer zu langsamen Fahrweise muss irgendwie ein Teil der Straße offen bleiben. Also nur mal so ein kleines Beispiel. Das gleiche Problem haben wir zum Beispiel auch in der Formel 1 im Motorsport. Da fehlen auch irgendwie klare Regeln, aber da würde ich das Ganze irgendwie an einer Rundenzeit festmachen. Wie Alonso Lewis Hamilton 2021 beim Umgang Grand Prix über mehr Runden so lange blockiert und auffällt, sodass der Teamkollege Okon gewinnen kann. Hervorragender großer Sport. Aber dabei fährt Alonso auch die ganze Zeit so schnell, dass sein eigenes Rennen dadurch nicht kaputt geht. Hingegen auch 2021 Abu Dhabi Grand Prix, wo Sergio Perez Lewis Hamilton auffällt. Ja, immer zweimal derselbe. Aber da macht durch diese Blockieraktion Sergio Perez quasi sein eigenes Rennen komplett kaputt, fährt fast eine Minute langsamer in der einen Runde, aber hält halt so Lewis Hamilton quasi die Konkurrenz so lange auf, bis Max Verstoppen wieder im Hinterrad ist. Und das ist dann für mich ganz klare Unsportlichkeit. Nochmal einen schnellen Blick zurück zum Ratsport. Bei der Flandern-Rundfahrt 2023 gab es halt hier die angesprochene Szene vom Team DSM zusammen mit Ineos. Quickstep war auch ein bisschen daran beteiligt. Da hieß es auf jeden Fall, man würde da jetzt eine UCI-Untersuchung einleiten, weil das auch ein großes Thema in den Medien war. Sah wirklich nicht gut aus. Also auch Thema sportliche Fairness, wenn die Fahrer so langsam fahren, dass die fast absteigen müssen, weil die gar nicht mehr das Gleichgewicht halten können. Aber von dem Ergebnis der Untersuchung habe ich überhaupt nichts mehr gehört. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass man da eine klare, eindeutige Formulierung rausbekommt. Wie zum Beispiel, wenn da offensichtlich einer unter 2 Watt pro Kilogramm fährt, dann muss der gefälligst auch irgendwie ein bisschen Platz auf der Straße überlassen, dass man den Fahrer überholen kann. Also das ist mal zumindest so weit mein Punkt zu dem Thema. Ich bin da selber noch ziemlich unentschlossen, wie man mit der ganzen Problematik umgehen soll. Ich würde mir dann halt nur wünschen, dass man dann eine einheitliche Linie fahren könnte. Und halt nicht nur, weil das Thema jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil Carapaz da wohl auch gestürzt ist, dann da jetzt wohl zum ersten Mal auch wirklich Aktionen ergreift. Das heißt, gelbe Karten verteilt an Fahrer, aber auch nur an ein paar. Das heißt, da, wo es jetzt eigentlich auch keine Konsequenzen hat. Also ja, das Thema sollte unbedingt irgendwie geregelt werden. Aber in der jetzigen Form wirkt die ganze Situation irgendwie so sehr willkürlich. Sehr viel Aktionismus, damit man einfach irgendwas gemacht hat. Und dabei hat sich doch Arsene sehr Lamonial eigentlich mit der taktischen Fahrweise von gestern am meisten selber bestraft. Aber das soll es jetzt auch mal wirklich gewesen sein mit der Thematik. Kommen wir zurück zum heutigen Radrennen. Wir haben eine 10er-Fluchtgruppe draußen, noch 20 Kilometer zum Ziel. Der Abstand nach hinten zum großen Hauptfeld beträgt über 8 Minuten. Da fährt vor allen Dingen Arsene sehr Lamonial wirklich ganz gemütlich Richtung Ziel. Das heißt, die Gesamtwertung bleibt heute definitiv unverändert. Und dann halt noch die große Frage, wer schnappt sich heute den Tagessieg? In der 10er-Fluchtgruppe sehe ich jetzt eigentlich keinen Fahrer so extrem im Vorteil, dass der mit diesem 8% letzte Rampe ja definitiv heute gewinnen wird. Und das kann aber auch ein Vorteil sein, dass sich hier im Prinzip fast jeder einreden kann. Wenn ich hier zusammen in der Gruppe Richtung Ziellinie komme, bin ich vielleicht heute einfach der Stärkste. Die andere Option, die bleibt, wäre halt ein bisschen früh in die Offensive reinzugehen. Wenn man glaubt, man ist es vielleicht nicht. Und dann halt in der Hoffnung, dass die hinten halt mit Uneinigkeit vielleicht nicht konsequent hinterher fahren. Heißt aber auch, das Team Ineos ist hier doppelt vertreten. Man sollte schon irgendwie zusehen, dass man vielleicht davon einen mitnimmt. Auch bei den zwei Ineos-Fahrern, Rodriguez und Navas, würde ich nicht sagen, dass es unbedingt Sinn macht, jetzt alles nur auf Navas für eine Sprintvorbereitung zu setzen. Wäre was anderes, wenn das hier ein flaches Ziel wäre. Beste Karte, die die spielen können, ist wahrscheinlich auch einfach in diese Springe mit reinzugehen. Und dann muss man halt immer nur abwechselnd attackieren. Das heißt, die meisten Fahrer haben ja irgendwie dann doch Probleme, wenn sich dann eine 2er-3er-Gruppe irgendwie absetzen können und man hat die verpasst, muss man sofort in die Nachführarbeit rein. Und Ineos muss halt immer nur zusehen, dass halt ja einer von beiden in der Gruppe drin ist. Und das heißt, die können halt jeweils viel besser pokern und halt immer nur in jeder zweiten Aktion wirklich mitspringen. Der Fahrer, der dieses Springer allerdings eröffnet, ist Marc Soler vom Team URE. Und wir sehen auch direkt aufmerksam, Navas von Ineos versucht direkt hinterher zu gehen. Und das heißt, ein Fahrer, Rodriguez, auch vom Team Ineos, der hat halt jetzt keinen Druck. Der kann sich jetzt hier erstmal ein bisschen verstecken. Aber alle anderen wissen halt sofort, den können wir nicht fahren lassen, sonst ist der weg. Und den sehen wir nie wieder. Dann gibt es eine Konterattacke von Carlos Verona vom Team Lidl Dreck. Das heißt, die anderen Fahrer, die jetzt erstmal in der Aktion mitgegangen sind, die sind ja auch so ganz kurz ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen Laktat, was der Körper auch erstmal wieder abbauen muss. Das heißt, die erste Aktion, die ist häufig eher zielführend, wenn sich zu viel angeschaut wird. Die zweite wiederum einfach nur rein auf Stärke. Die geht jetzt auch ein bisschen berghoch. Aber hier halt das Problem, Ineos ist halt zweit vorne vertreten. Das heißt, mindestens einer spannt sich jetzt hier loyal in die Nachführheit rein. Und so geht dieses Attackieren wirklich über einen Kilometer die ganze Zeit munter weiter. Sehr interessant anzusehen. Wirklich sehr viele Fahrer auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Windschatten spielt auch nur eine Rolle, weil es nicht ganz so steil ist. Es geht auch die ganze Zeit nur so leicht berghoch. Heute gewinnt man wahrscheinlich eher auf Psychologie, wenn irgendwann mal Unstimmigkeit herrscht und weniger auf wirkliche Leistung. Und der erste Fahrer, der sich dann auch mal wirklich absetzen kann und dann auch mal so eine 30-Sekunden-Lücke bekommt, ohne dass ihm direkt hinterhergefahren wird, ist dann halt auch ein Vorteil aus dem Zweitligateam Iquipo Kernfarmer. Das heißt, Pablo Castrillo ist auch neben Max Puhl vom Team DSM der einzige bislang noch ohne Profisieg. Aber Puhl hat trotzdem schon einen zu großen Namen, einfach als Talent. Den lässt man nicht fahren und Castrillo dann schon mal eher. Und das war scheinbar ein Fehler. Kann man natürlich ein Stück weit verstehen, wie es dazu kam. Aber großer Erfolg. Iquipo Kernfarmer gewinnt die 12. Etappe der Spanien-Rundfahrt. Man hat dem Eimer 30-Sekunden-Vorsprung geschenkt und die Lücke kriegt man einfach nicht mehr zu. Das hier ist das Tagesergebnis. Castrillo gewinnt 8-Sekunden-Vorsprung vor Max Puhl. Dritter wird Max Soler. Aus dem großen Hauptfeld mit 6 Minuten 29 Rückstand kommt dann Matthias Chielmos als erster rein. Aber spielte noch keine große Rolle. Die Bonus-Sekunden waren schon weg. Das heißt, Gesamtwertung absolut unverändert. Und das Trikot auch unverändert. Müssen wir das in den nächsten Folgen noch weiter einblenden. Wout van Aert führt mit 243 Punkten. Deutlich vor Caden Croves 162. Auch die Bergwertung unverändert. Adam Yates führt mit 22 Punkten. Harscharf vor Wout van Aert auch mit 22. Aber morgen sehen wir dann wahrscheinlich wieder mehr Bewegung in der Gesamtwertung. Bergankunft nicht ganz so lang, aber dafür steiler. 7,7 Kilometer, 8,9 Prozent im Schnitt. Das heißt, der Grundaufbau ist eigentlich identisch zu heute. Man kann alles sehr gut kontrollieren. Und hinten raus dann halt wieder die Frage, geht da Primoz Roglic auf Tagesziek? Obwohl man hier sagen muss, vielleicht nicht ganz so sehr was für diese Panscheur-Spritankunft. Das heißt, der letzte Berg hat nicht einfach eine kurze steile Rampe, sondern eher eine lange steile Rampe. Das heißt, könnte natürlich Primoz Roglic trotzdem liegen, aber es ist eher eine etwas längere Belastung. Das heißt hier vielleicht eine Chance für Henrik Maas. Und es wird wirklich sehr spannend zu sehen, wie auf diesem wirklich sehr ehrlichen Ziel Ben O'Connor mitfahren kann. Wie viel Zeit wird er verlieren? Etwas längere Belastungszeiträume liegen im Jahr. Aber wenn er früh den Kontakt verliert, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass morgen das rote Trikot wechselt. Vielen Dank.